Moin ihr Lieben, heute möchte ich euch einen ganz besonderen Kurzgeschichtenband vorstellen, nämlich eine Anthologie zum Thema Einhörner. So schaut es aus. Die Einhörner ist der Titel, herausgegeben von Fabienne Siegmund im Thorsten Loh Verlag, erschienen. 13,90 Euro kostet es. Es hat 326 Seiten und ist ein Taschenbuch. Ja, entdeckt habe ich dieses wunderschöne Buch auf der Leipziger Buchmesse. Und wer mein Messehall gesehen hat, dem mag dieses Buch vielleicht schon bekannt vorkommen, denn da habe ich es auch schon in die Kamera gehalten. Aber heute möchte ich euch mehr davon erzählen. Ja, auf der Leipziger Buchmesse war ich ja eher bei kleineren Fantasy-Verlagen zugegen und habe mir da vieles genau angeschaut, denn ich war einfach total begeistert von diesen großartigen Titeln, die es da gab, die ich einfach auch noch nicht aus den Buchhandlungen kannte. Und die mal so Nischeninteressen bedient haben und nicht nur Mainstream waren. Das finde ich besonders toll und ich habe da viele tolle Anregungen bekommen. Dieses Buch musste ich dann aber kaufen aus mehreren Gründen. Einmal kannte ich den Thorsten Loh Verlag schon und auch die Fabienne Siegmund von einem anderen Titel, den ich gelesen habe, und zwar Der Karussellkönig. Das ist eine illustrierte Kurzgeschichte, ein kurzes Märchen und habe ich bereits auch rezensiert. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, denn das Märchen hat mich umgehauen. Das ist ein modernes, tragisches, melancholisches, aber wunderschön verfasstes Märchen. Und das hat mich einfach verzaubert. Und ich habe gehofft, dass es mich genauso verzaubert in diesem Büchlein. Auch das Thema hat mich einfach angesprochen, denn ich bin ein totaler Pferde-Fan und schon immer gewesen, auch als Kind, lange Zeit geritten und natürlich Einhörner. Deswegen war da auch immer ein großes Thema. Ob das nun bei Spielzeug, Filmen oder Hörspielen. Ich wäre wahrscheinlich jetzt auch bei den ganzen pinken und glitzernden Einhörnerzeug total hin und weg. Ja, jetzt als Erwachsene sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Aber trotzdem finde ich Einhörner nicht unbedingt, wenn sie glitzern und quietschig pink sind, faszinierend. Sondern wenn man das so ein bisschen von hinten aufzäumt, diese Legenden und Mythen, die es natürlich auch über Einhörner gibt, faszinieren mich. Gerade ist das so bei fantastischen Wesen, die aus der Mythologie stammen. Ob das nun bei Drachen oder Feen so ist. Einfach wenn da eine Geschichte hinter steckt und Legenden, dann fasziniert mich das. Und hier schien mir das auch umgesetzt zu sein aus verschiedenen Richtungen. Denn es gibt hier 17 Autoren, die sich dem Thema Einhörner gewidmet haben. Diese Autoren sind unter anderem sehr bekannt, aber auch ganz, ganz viele unbekanntere junge Autoren. Das fand ich ganz klasse. Denn Fabienne Siegmund hat, glaube ich, ich schaue mal eben, wie sie das im Vorwort geschrieben hat, ja, 190 Geschichten gesammelt oder einschicken lassen nach ihrem Aufruf, dass sie halt so ein Kurzgeschichtenband herausgeben möchte. Und sie musste nun auswählen, die schwierige Auswahl haben, ja, die Geschichten halt entscheiden zu können, was hier drin vorkommt. Ja, die bekannteren Autoren sind zum Beispiel Ralf Isau, Christoph Marzi und, was ich auch ganz toll finde, Peter S. Beagle, der hier zwar keine Kurzgeschichte verfasst hat, wie ich erst dachte und ein bisschen enttäuscht war, aber ein Lied aus seinem bekannten Werk, Das letzte Einhorn, was ja das Einhorn-Buch schlechthin ist. Und hier hat die Amalthea ihren geliebten Lear ein Lied ganz am Ende der Geschichte gewidmet. Und das steht jetzt hier nun abgedruckt, einmal im Original auf Englisch und auf der anderen Seite als Übersetzung auf Deutsch. So ist beiden geholfen, die gerne das Original lesen, wo natürlich gerade bei Liedern und Gedichten das sehr, sehr schwer ist zu übersetzen. Aber wer halt nicht so gut Englisch kann und das gerne übersetzt sehen möchte, ist halt auch geholfen. Ja, wie gesagt, gefällt mir diese Mischung ganz, ganz gut. Einmal hier aus den unbekannteren Autoren, die dann auch eine Chance bekommen, hier mal ihre Geschichten zu erzählen. Und ich muss auch sagen, mir haben tatsächlich die fast schon besser gefallen. Ich habe nachher auch euch drei rausgepickt, drei Kurzgeschichten, die ich euch ein bisschen vorstellen möchte, weil ich ja nicht über die 17 Geschichten hier reden möchte. Und ich glaube, man möchte die Geschichten ja auch gerade, weil sie so relativ kurz sind, sind immer so um die 20 Seiten, mal mehr, mal weniger, möchte man die ja auch selber entdecken. Ja, und die kamen dann doch eher von den unbekannteren Autorinnen und Autoren. Ja, wie wurde das Thema umgesetzt? Auch völlig unterschiedlich, was ich ganz toll finde. Einmal treffen wir auf Einhörnern in den uns bekannten Orten, die mit Einhörnern so einhergehen. Verzauberte Wälder, versteckte Höhlen oder sogar unter Wasser. Aber es hat meistens irgendwas mit Natur zu tun. Aber wir treffen sie auch in unserer Welt. Und ob das nun auf Straßen in der Stadt ist oder in der Straßenbahn oder sogar in einer Bar, ist alles hier vertreten. Genauso sind die Geschichten in verschiedenen Welten angesiedelt. Ob das nun in Parallelwelten sind oder in einem fantastischen Märchen umgesetzt wird, so wie man das bei einem Einhorn vielleicht auch denken würde im Feenland. Einfach so klassisch, romantisch, fantastisch. Aber es wird auch in die moderne Welt hineingenommen, wo das Einhorn eher einen symbolischen Charakter hat und gar nicht selbst unbedingt mitspielt. Es gibt aber auch Mischgeschichten, die aus beiden Elementen was eingewoben haben, wo es zwar in unserer Welt spielt, es entweder eine Parallelwelt gibt oder das Einhorn halt mit in unsere Welt genommen wird und eine Rolle spielt. Auch die Optik des Einhorns wird unterschiedlich umgesetzt. Ich meine, es gibt ja viele Vorstellungen. Die modernste ist eigentlich, sich das Einhorn wie ein weißes Pferd, ein Schimmel vorzustellen, wirklich rein weiß mit einem Horn auf der Stirn. Die mythische Seite ist eher, dass das Einhorn etwas kleiner ist, etwas zarter, eher so ein bisschen in die Rehgestalt geht. Natürlich hat es immer ein Horn, aber auch gespaltene Hufe. Und ich glaube, auch der Schweif besteht nicht aus ganz vielen Haaren, sondern ist eher so eine Art Löwenschweif. Ich glaube, so ist in die Richtung eher so die Mythologie. Aber es wurde auch viel, manchmal kommt das Einhorn in Menschengestalt vor oder wie gesagt, nur symbolisch. Manchmal ist es schwarz und nicht weiß. Manchmal lebt es unter Wasser und hat eher Flossen. Also ganz unterschiedlich. Mir hat aber besonders eine Beschreibung sehr gefallen. Also ich stelle mir, muss ich sagen, das Einhorn auch eher wie in Richtung Pferd vor, aber eher ein bisschen schlanker und zarter. Und eine Beschreibung hat mir wirklich sehr gefallen, wo auch dieser Zauber einfach rüberkam. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Es geht um die Geschichte Geliebte des Waldes von Melanie Vogeltanz. Wie schön du bist, wie unvorstellbar schön. Vergesst die Narren, die diese herrlichen Geschöpfe als Pferde beschreiben. Werft sie in eine Grube und schüttet Erde auf sie für diese Blasphemie. Was an jenem Morgen vor mir erschien, war ein Wesen, das jeder Beschreibung trotzte. Sie war weiß, reiner als alles, was ich jemals zu Gesicht bekommen hatte. Eine Farbe, wie sie durch die Abwesenheit aller Dunkelheit zustande kam. Ihr Wuchs war zierlich, und sie war kaum größer als ein Reh. Wie ein solches hatte sie schlanke, kraftvolle Fesseln, die in gespaltenen Hufen endeten. Diese glänzten wie poliertes Elfenbein. Am meisten jedoch fesselten mich ihre tiefen, uralten Augen und ihr wunderschönes Gesicht. Denn als Gesicht musste ich es bezeichnen, wo sie mir doch mit nie gekannter Weisheit entgegenblickte. Ihr Kopf saß auf einem langen, schlanken Hals. Die Schädelform erinnerte mich an die eine Antilope, graziös und wohlgeformt, und auf der Stirn saß das Horn. Es hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den Zähnen der Narwale, die so zahlreiche Wissenschaftler in grauer Vorzeit für eine belegte Existenz jeder zauberhaften Geschöpfe gehalten hatten. Stattdessen war es kaum länger als mein Finger, und es glänzte ebenso glatt wie die elfenbeinfarbenen Hufe. Diese Beschreibung fand ich sehr, sehr schön und irgendwie passend, außer vielleicht das Horn, das hätte ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Ja, und so ist es von Geschichte halt, von Geschichte zu Geschichte anders. Auch die Wirkung von Einhörnern oder wie das Einhorn, welche Kräfte es hat, ist natürlich immer unterschiedlich. Aber oft wird es in Verbindung zu Unschuld und Träume, dass es ein Symbol für Träume oder Neuanfang ist, und dass es einfach so eine Art Schutzengel für die Menschen ist. Aber ganz oft ist es auch sehr, sehr tragisch, und es wird in Verbindung mit Krieg und mit Gewalt gebracht, weil das Einhorn dann die andere Seite widerspiegelt. Also kommt hier einiges hinzu, wo auch die Geschichten, wenn sie auch sehr, sehr unterschiedlich sind, auch viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Ja, und ich möchte euch, wie schon erwähnt, drei Geschichten vorstellen. Mir haben, wie man sich vielleicht denken kann, ich als Fantasy- und Märchenfan, eher die Geschichten gefallen, wo das Einhorn wirklich als Person, wollte ich schon gerade sagen, als Gestalt wirklich vorkam und nicht nur ein Symbol war. Ich habe mir zum Beispiel, ich musste mir ein bisschen Notizen machen, um das nicht zu vergessen, Der König der Edelsteine von Alina Fels rausgesucht. Hier geht es um Morduk. Morduk ist ein Mischwesen aus Elfe und Mensch. Er wird Zeiten seines Lebens nicht angenommen, weder von den Elfen noch von den Menschen und wird immer missachtet. Das hat seinen Charakter so geformt, dass er nur noch nach Macht und nach Ansehen und nach Anerkennung strebt. Das versucht er nun zu erreichen, indem er Einhörner versucht zu fangen, beziehungsweise er fängt Einhörner, schlachtet sie ab. Denn es gibt eine Sage oder eine Legende, dass hinter den Hörnern der Einhörner ein Edelstein sitzt. Und diese Macht des Edelsteins verspricht halt Macht und Anerkennung. Und er glaubt, danach wird sein Leben besser sein. Ja, er schlachtet viele Einhörner ab, aber er findet diesen Edelstein nicht. Eines Tages hat er wieder ein Einhorn gefangen und dieses verrät ihm eine weitere Sage über ein schwarzes Einhorn. Und er sagt ihm auch, wo er das finden kann. Und besonders dieses Einhorn hat sehr, sehr viel Macht. Er prophezeit ihm aber auch schon, dass dieses Einhorn sein Untergang sein wird. Er glaubt da nicht dran, denn er ist mächtig und hat wieder Skrupel. Es gibt nämlich einen Vorgänger schon von ihm, einen weiteren Elfen, der den Edelstein wohl schon gefunden haben soll, sich danach aber selbst gerichtet hat, weil er nicht damit klarkommt, diese unschuldigen Wesen umgebracht zu haben. So heißt die Geschichte. Er glaubt aber, dass er darüber erhaben ist und glaubt auch, dass er dieses schwarze Einhorn bezwingen kann und geht dort zu diesem Ort, wo es sich aufhalten soll. Ja, mehr möchte ich auch nicht erzählen, ob er dieses schwarze Einhorn trifft, ob er es bezwingen kann oder ob es wirklich sein Untergang ist. Und was diese Geschichte so rund macht, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Aber ich fand das Ende ganz toll. Und auch die Aussage dahinter. Viele dieser Geschichten haben natürlich auch oft eine Aussage oder es ist so eine Art Fabel, möchten uns was sagen. Bei manchen ist das nicht so rübergekommen. Da dachte ich so, was will mir der Autor damit jetzt sagen. Aber bei manchen ist es angekommen. Manches war vielleicht etwas zu plump und offensichtlich. Aber bei dieser hier fand ich das ganz toll eingearbeitet. Also das fand ich ganz schön. Die zweite Geschichte, die ich euch vorstellen möchte, ist Mut in tiefer Nacht von Kerstin Behrendt. Hier ist es mal keine fantastische Märchenwelt, sondern es spielt in unserer Welt. Es geht um Jana. Jana ist ein jüngeres Mädchen. Sie hatte einen Unfall, bei dem ihr Bruder am Steuer saß und auch ums Leben gekommen ist. Sie ist mit dem Leben davon gekommen. Allerdings wurde ihr ein Bein amputiert. Und sie kann jetzt nur auf Krücken mit einer Prothese laufen unter sehr viel Schmerzen. Obwohl ihr die Ärzte gesagt haben und auch ihr Therapeut, dass sie glücklich sein soll, dass sie jetzt noch ihr Leben hat und damit jetzt ein Neuanfang beginnen soll und ihr Leben genießen soll, ist sie todunglücklich und kommt einfach nicht drüber hinweg. Besonders auch deswegen, weil ihr Vater sie einfach nicht mehr so beachtet. Seit dem Unfall hat sie das Gefühl, schuldig zu sein, dass sie überlebt hat und nicht ihr Bruder, weil er eigentlich nur Informationen an sie weitergibt, dass er jetzt arbeiten geht, dass er jetzt dorthin geht, aber häufig gar nicht mehr zu Hause ist und sie nichts mehr zusammen tun. Und sie hat das Gefühl, dass er sie nicht mehr liebt. Und so beschließt sie, eines Nachts rauszugehen mit ihren Krücken an die Luft, obwohl sie, als sie wieder mal alleine ist, und sich Luft zu machen und dort es schneit und es liegt ganz viel Schnee und sie sinkt in den Schnee kraftlos zusammen und möchte einfach nur Schluss mit ihrem Leben machen. Dann gibt es einen weiteren Strang. Das ist Elias, das Einhorn, das immer, wenn ein Mensch Hilfe braucht, gerufen wird. Das liegt in seiner Natur. Er möchte diesen Ruf überhaupt gar nicht mehr folgen, weil es ihm einfach so wehtut. Er selbst hat seine eigenen Probleme, aber da es einfach in seiner Natur liegt, kommt er Jana zu Hilfe. Und das Ganze hat mich so ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens erinnert, mit den drei Geistern. Denn er führt Jana in die Vergangenheit und zeigt ihr einiges aus der Geschichte von ihrem Vater und auch während des Unfalls und so weiter. Und ja, Elias hat seine eigenen Probleme. Das sieht Jana auch, denn er ist von Selbstzweifeln zerfressen und dass er nicht jedem Menschen helfen kann und dass er gar nicht mehr so viel über Macht verfügt und über Magie. Ja, und wie die beiden sich gegenseitig helfen und Kraft geben, das könnt ihr in dieser Kurzgeschichte sehen. Das ist mir sehr ans Herz gegangen und fand ich sehr, sehr schön. Als letztes noch eine Geschichte, die wieder sehr märchenhaft ist. Hier geht es um Alison in der Geschichte Alisons Tränen von Nathalie Gnan. Hier geht es um Alison und Alison erfährt sehr, sehr viel Gewalt in ihrer Kindheit, in ihrer Heimat. Und zwar von ihrem Vater. Das war nicht immer so, aber seitdem er mit dem Trinken angefangen hat und seitdem er arbeitslos ist, viele Leute sagen, er sei krank und ihre Mutter ist ihr überhaupt keine Hilfe. Mal wieder geschlagen von ihrem Vater, ja, läuft sie aus dem Haus und läuft weg zu ihrem Zufluchtsort. Und zwar ist das eine Statue unter einem Baum, es ist super still dort und die Statue zeigt ein liegendes Einhorn. Und sie verkriecht sich an dem Körper daran und weint. Und als die Tränen, ja, die Statue berühren, erwacht dieses Einhorn zum Leben. Allerdings nicht völlig, denn es ist immer noch aus Stein, aber es kann sich bewegen. Und ja, sie erfährt von einem Naturgeist, dass sie das Einhorn zwar Leben eingehaucht hat, aber nur für einen Tag. Sie kann dieses Einhorn, dieses versteinerte Einhorn retten, indem sie eine Perle unten von einem Grund des Sees heraufholt. Aber das ist ein weiter Weg und auf diesem Weg werden ihr weniger gutgesinnte Naturgeister begegnen und viele Herausforderungen und auch viel von ihr verlangen. Also, dass sie viele Opfer bringen muss. Sie willigt dennoch ein und macht das. Und was sie alles, ja, wem sie da alles begegnet und was für Opfer sie bringen muss und was nachher, ja, der Rückweg für sie bereithält. Auch das werde ich natürlich nicht verraten, aber auch hier fand ich die Geschichte sehr rund und sehr schön. Viele Geschichten haben mich aber auch schockiert und das fand ich teilweise natürlich schrecklich. Also, man hat, Einhörner sind ja so mächtig und so unschuldig, aber oft leiden die Einhörner daran, dass man nicht mehr an ihnen glaubt und sie gehen unter. Und oft ist der Ausgang der Geschichte nicht immer gut, sondern es zeigt den Beginn eines Krieges an oder einfach unseren Verfall des Glaubens an Träume oder Verfall der Fantasie der Menschen. Oft wird das gezeigt und ja, es ist manchmal doch sehr verstörend, aber es weckt einen vielleicht auch auf und zeigt, dass man ein bisschen nachdenken muss darüber. Insgesamt gebe ich dem Buch vier Sterne, weil ich die meisten Geschichten echt toll fand, aber einige halt auch nicht ganz so gut. Deswegen fieh ich einen Stern ab. Und trotzdem, für alle Fans von Einhörner, es gibt natürlich kitschigere Geschichten, aber es ist hier nichts mit Glitzer und mit Rosa und Lilifee, sondern es hat schon Hand und Fuß und die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen, diese Geschichten. Es gibt auch asiatische Einschübe bei manchen. Ach ja, ich könnte so viel erzählen, weil hier so viel umgesetzt wurde, was ich auch ganz, ganz toll finde. Und oh, was ich euch noch zeigen muss, und zwar bei jeder Kurzgeschichte oder bei jedem Beginn ist eine Illustration. Hier zum Beispiel bei König der Edelsteine, das schwarze Einhorn zu sehen. Oder hier von Peter S. Beagle im tiefen Wald. Ist immer versucht, an die Geschichte anzulehnen. Ich fand, bei manchen ist es nicht ganz so gelungen, wo ich dann was entdeckt habe, und das war in der Geschichte eigentlich nicht so. Oder hier zum Beispiel ein Wappen zur Geschichte, wie der erste Kaiser der Unicornus-Dynastie geboren wurde. Und diesem Wappen kann man echt viel erkennen, was in der Geschichte dann passiert. Ja, Illustrationen plus Kursgeschichten, die märchenhaft und viel, viel Inhalt haben. Was will man mehr? Ja, jetzt habe ich 20 Minuten gelabert zu einer Rezension, aber ich fand, da gab es auch einfach viel zu erzählen. Und ich habe ja auch nicht alles verraten. Ich möchte natürlich von euch wissen, ob ihr vielleicht dieses Buch mal irgendwo entdeckt habt. Oder auch vielleicht Kurzgeschichten gerne lest. Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Das würde mich interessieren. Und nun wünsche ich euch auch noch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!